Drei lustige Mario Kart 8 Momente. Bei Platz Nummer 3 wurde jemand etwas zu stark vom blauen Panzer getroffen. Also dass man komplett weggepfeffert wird, war mir ja auch schon klar, aber dass man direkt gekickt wird, ist eine neue Item-Idee. Bei Platz Nummer 2 wollte jemand nur eine ganz gemütliche Runde spielen und sieht dann das hier im Rückspiegel. Waluigi Time! Und jetzt soll nochmal jemand sagen, dass man Waluigi nur spielt, weil es sein Lieblingscharakter ist. Ja, ja. Größter Cap aller Zeiten. Und bei Platz Nummer 1 hat jemand eine rote auf eine ganz spezielle Art und Weise zerstört. Der war bestimmt Japaner. Ganz klar.